Schwimmen Rupprath kritisiert Heinz für Schlagabtausch mit Lambsen, respektlos. Ex-Schwimm-Weltmeister Thomas Rupprath hat Philipp Heinz wegen dessen öffentlichen Schlagabtausches mit Bundestrainer Lambschaf kritisiert. Der frühere Schwimm-Weltmeister Thomas Rupprath hat den WM-Siebten Philipp Heinz wegen dessen öffentlichen Schlagabtausches mit Bundestrainer Henning Lambschaf kritisiert. Ich finde es respektlos, während einer WM einen Bundestrainer anzugreifen. Das ist nicht sein Niveau. Eigentlich ist Philipp ja ein ordentlicher Bub. Vielleicht hat er was Schlechtes gegessen, sagte der 40-Jährige der BILD am Sonntag. Der Olympia-Sechste Heinz hatte nach seiner verpassten Medaille über 200 M-Lagen dem Bundestrainer fehlendes Vertrauen und eine missglückte Terminplanung vorgeworfen. Am Freitag sprachen sich beide aus, Heinz entschuldigte sich danach laut Lambs. Der Respekt sollte bewahrt bleiben, unabhängig davon, ob man den anderen leiden kann, sagte Rupprath, der seinen früheren Heimkoach Lambs trotz zunehmender Kritik für den richtigen Bundestrainer hält, Henning ist ein exzellenter Trainer. Als Bundestrainer kriegst du nur auf die Fresse. Rupprath behauptete, es habe für den Posten den Bundestrainer als noch andere Bewerber gegeben, aber die wollten das dreifache Gehalt haben. Wenn sie alle gegen ihn sind, sollen sie doch mal jemanden vorschlagen für das Geld. Rupprath bei der Verkaufbahn Jetzt luken Sie 3 3 4 5 6 6